Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble. Ich bin heute wieder auf die Jagdnachten Ticket und heute habe ich das den Spiel wieder. Vikings War of Clans. Das habe ich ja gestern schon runtergeladen und gespielt, manchmal heute weiter. Ich habe es gestern nicht mehr weiter gespielt gehabt, deswegen werden wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Also sprich Gebäude bauen, Gebäude bauen, Gebäude bauen, Gebäude bauen. Vielleicht kommt ja noch ein kleiner Krieg dazwischen. Naja, erstmal warten bis das fertig geladen ist. Jetzt melden sich die ganzen anderen Spiele. Facebook meldet sich. Okay, dann schauen wir jetzt mal nach. 90 Euro? Ah, gar nichts ist besser. Weil ich für jedes Geld, was ich hier spiele, Geld ausgeben würde. Dann wäre ich jetzt schon pleite. Ach, die Bomenschützen hat mal gemacht. Genau. Verbessern. Kostenlos. Zurück. Annehmen. Beginnen. Bauen. Kostenlos. Ach, die Drücke war aufmachen. Nehmen. Schließen. X. Schauen wir mal. Vier Bergwerks brauche ich. Lassen wir mal jetzt das 3. Ach, da war noch einer. Oh, das war heute 20 Minuten. Also wenn wir das nicht mehr sehen. Jetzt schauen wir uns jetzt nochmal so ein bisschen um, was wir hier machen können. Profil ändern. Stefan Reddok. Ist okay. Die Stadt heißt Bulle. Bulle. Mania. Bulle. Mania. Ich hoffe, er hat nur mit L geschrieben. Naja. Oh Gott. An uns. Ärger. An uns. Okay. Moment. Nnn. Nnn. Deutsch. Nnn. Zoom. Hier haben wir die Post drin. Forschung haben wir auch noch. Und das zu nicht forschen? Dann verbessern. Kostenlos. Was haben wir denn noch? Ich glaube Cavalry ist besser oder? Nahkampf, Fernkampf, Cavalry. Kommt, nur mal Bogenschützen. Verbessern. Keine Zeit. Zwei Stunden. Okay. Annehmen. Täglich haben wir nichts mehr. Wöchentlich haben wir auch nichts. Und monatlich auch nichts. Gut. Ja. Jetzt schauen wir hier nach. Das ist doch am verbessern. Was haben wir hier? Plan. Plan. Premium. Nein. Plan. Plan. Gründen. Schauen wir uns ma die Gründung eines Clans an. Unser Klan heißt W Ting. Die German BDJ das wappen bearbeiten was können wir denn da nehmen der war hier sehr viel auswahl ein schiff haben sie auch the vikings da bin ich einmal rum gewesen ja was nehmen wir denn nur da das sieht witzig aus mit die hörner da müsste ich das ändern das passt nicht so viele totenköpfe auf jeden Fall einfach das speichern das kostet 1000 Gold wow ich habe 500 also schon mal nichts das war nichts wir sind ja schon fertig auf jeden fall mal gesehen was für Symbole es gibt beim Clan ja also ich würde mal sagen das war es denn für heute ich hole mir mein Ticket ab ach da war es Ticket abgeholt so dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn man beim nächsten Mal wieder bei sein bis dahin viel Spaß und auf wiedersehen ciao ciao